Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab August 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Oberkassel. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 80 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 1.900 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017